Wir sind's wieder, eure Nadine mit der sexy roten Strähne und Eggie Peggy ist auch an Start, Twerky nennt mich wie ihr wohl die Animaus. Oh scheiße. Das war das Intro, so ist es gut gelaufen und ja Leute, ich wollte euch nochmal kurz drum hinweisen, alles was jetzt an Gameplay kommt, lade ich auf meinen Twitch-Kanal hoch und auch bei YouTube. Da habe ich die Verknüpfung angelegt, also falls ihr da auch nichts verpassen wollt, checkt doch mal meinen YouTube-Kanal ab oder meinen Twitch-Kanal, je nachdem. Gut, Claudine, du noch irgendwelche Worte, bevor wir starten? Nein, lass uns ballern! Lass uns ballern, let's go! So, noch schnell Werbung machen, hau das an alle Kanäle, die du hast. Hast du es mir schon geschickt? Ne, aber ist doch in der Westergruppe drin oder was? Ach ja, wir sind übrigens Akt 2 jetzt. Nur mal so für euch zur Info. Wir wissen selber noch nicht unseren Auftrag, Leute. Ne, wir sind in irgendeiner Stadt angekommen. Aber... Was da jetzt genau abgeht... Hm. Das ist ja auch geil, so drei Stunden im Ladebildschirm hier. Ja, echt. Bisschen zu früh gestartet. Du bist eine Atmerin. Biss eine Atmerin. Egal, atme weiter, dann weiß ich, dass du noch lapsst. Ist es so besser? Ist okay. Auch mit dem Atmen ist es okay. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt. So, Leute, auf geht's. Ich weiß gar nicht mehr, was du... Hier, wir gehen mal hier runter. Sprechen Sie an der... Und jetzt verschwindet! Boah, die labern uns alle Hammer an, die sind ja auf jeden Fall nicht beliebt. Wollen wir die verkloppen, oder was? Ja, können wir nicht. Hier sind so riesen Fische. Ekelhaftig. Und da unten sind kleine Fische. Was ist mit dem denn los? Naja. Weiter geht's. Weiter geht's. Die sind voll gemein, ey. Ja, hinten bist du schon ganz. Ja, ich weiß nicht... Einmal über den Fischmarkt gerannt. Ja. Hallo. Hi. Wir haben null Zuschauer. Das ist traurig für uns. Nee, komm her. Komm her, ich zeig dir mal einen Trick. Komm her zu mir, liebe Lein. Ja, ich komme. Über der STRG-Taste ist ja diese Shift-Taste. Wenn du die drückst, dann kommt alles schwarz-weiß und du siehst mich immer. Und auch dieser Stern. Da muss man immer hinrennen. Was ist denn das hier? Über der... Ah. Ah, ja. Ah, guck mal, wir sind in einem riesigen Skelett. Oh ja. Was ist das denn? Irres. Ist das eine Rippe? Eine Srippe? Eine Srippe? Eine Srippe? Das ist ungemütlich hier. Hier will ich nicht sein. Nun heul nicht rum. Ich glaube, es riecht hier nach Fisch. Entschuldigung. Entschuldigung. Gebt mir mal eine Knarre. Oh man. Lasst euch durch. Zur Dampfarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Kastlos Energie, haben sie gesagt. Ey. Scheiße. Alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleibt weg. Der Dampf brest euch nicht. Aua, das ist feils. Hier drüben. Hast du auch Aua? Ja. Ja. Bist du durchgerannt einfach? Ja, ich bin einfach durch. Ich kenne da nichts. Ich kenne das schon. Okay. Dann renne ich auch da durch. Ah. Aua. Heiß, heiß. Ah, mach mal nicht so. Mach mal nicht so. Oh nein. Mach mal nicht so. Mach mal nicht so. Alter, was ist das für ein Riesengaul hier? Oh ja. Er hat ein Horn. Hörner. Er ist ein Einhorn. Er hat zwei Horns. Scheiße. Was ist das hier? Mann, die ist aber sehr vulgär. Das ist aber eine große Stadt hier. Mega. Oh. Ich habe eine Vision. Siehst du es auch? Nee. Was passiert da bei dir? Äh, ich sehe irgendwie so einen riesen Typen, der jemanden in der Hand gehalten hat. Ja. Lass uns. Das war großartig. Das war der Zeit lang. Nee. Habe ich nicht gesehen. Ich konnte hier rumlaufen. Aber du bist langsam gelaufen und hast deinen Kopf festgehalten. Als hättest du den Kopf festgehalten. Ja, Eki, mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. Ich glaube auch immer noch, dass du so ein Parasit in dir hast. Dann irgendwann einer vom Schwarm wärst. Heißt das der Schwarm? Ich glaube, ja, ne? Wow. Du meinst dieser Blutekel, ne? Blutekel? Ja. Blutekel, so nennen wir sie auch. Ich fand das aus. Jetzt habe ich eine Cinematic. Hey. Wir suchen nach dem Anführer. Ja, ich auch. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Er ist... Kate. Ja. Onkel. Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Äh, du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Ja. Ha. Das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja. Nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non, Kunst, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Echt, ey? Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst was. Er ist aber bockig. Onkel. Sag doch mal was. Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Oh. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen auch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft machen sie ab? Oh, oh, Erken. Jetzt total täglich. Erken, mach dich bereit, Alter. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Ich mach mir eine Knarre. Ich hab einen Revolver. Das ist voll mein Ding. Ich bin richtig der Ganslinge, Alter. Onkel, wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt es besser. Vollste. Alles, was ihr habt. Jäger. Scheiße. Hallo, ich kann euch nicht. Sie kommen unten rein. Hier, müssen sie ausschalten. Gebt mir Deckung. Da sind noch mehr von denen. Ich glaube, sie machen. Ich hab' eines der Ziele erwischt. Das klappt. Das ist eine verrückte Knarre hier. So ein Bogen. Ja, hab ich schon gesehen. Ich bin total neidisch. Ja, da zieht der Hammersucht. Naja, oder ich ziel einfach nur Hammersucht, was auch sein kann. Wo kriege ich Schaben? Das war ja jetzt gut. Ich hab' eine Knarre verletzt. Ich hab' eine Knarre verletzt. Achso, wie? Der kriege ich hier. Voll, hast du mir ne Knarre weggenommen? Ja, brauchst du eine? Ich hab' gar keine Munition, ey. Ach die Scheiße. Ach die Scheiße. Wo denn? Oh. Der Riese. Braucht er hier Hilfe? Ich zürchte mal. Ich bin tot. Oh Scheiße. Er hat meinen Kopf zerquetscht. Er hat mich am Hals hochgenommen und er hat meinen Kopf zerquetscht. Warst du das? Echt? Ja. Du Lappen, ey. Er hat mich gewirkt. Er hat meinen Hals genommen, mich gewirkt. Hoch am langen Arm und hat zusammengequetscht, dass mein Kopf geplatzt ist. Ich hab' nicht ganz genau gesehen, ob du das warst. Äh, das sah ja richtig geil aus. Er hat dich richtig weggeflankt. Er hat mich richtig bedient. Ja, das stimmt. Wow. Krass. Okay, fuck, wir sind ganz vorne wieder. Froschnäuse. Oh, das ist doch wohl ein Witz. Ich habe den Zeitstatt für diesen Scheiß für mich. Mann, ungelöst wie wir nicht in den Weg kommen. pass auf aus der garage kommen die gar nicht raus die du wurdest gerade jetzt wird es lustig er ist richtig Die Sauer auf uns. Aber unsere Throne macht einen guten Schaden. Top-up. Sehr gut. Willst du die Riesenknarre von ihm nehmen? Nee, kannst du ruhig nehmen. Ich hab 94 Schuss jetzt hier. Du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Er hätte auch nur noch zwei Schuss gehabt. Aber das mit der Munition ist echt schon übel, ey. Oh, hier ist noch so ein Teil. Ich glaube, man muss einfach hier, sag schnell. Immer jede Waffe nehmen, die vor allem auf uns des Boden liegt. Ich glaube, das ist immer die beste. Das kann sein. Hier oben ist noch Munition. Nehmen, was du kannst. Einfach so. Brauchst du was? Okay, hier liegt noch irgendwas. Was ist das? Fertig. Schock den Boden bei der Tür. Und ich lasse sie rein. Mal sehen. Boah, wir haben schon sieben Komponenten. Ja, kann ich jetzt bitte... Achso, da. Das muss ich vorher auswählen. Worauf wartet ihr noch, Jungstunde? Ah, nervt mich. Ah, guck mal hier. Hier sind alles volle Waffen. Siehst du? Wir können uns eine aussuchen. Ah, jetzt häng ich in diesem Scheiß, äh... Schockt den verdammten Boden! Wo hängst du? Oh Mann, jetzt häng ich in diesem, äh, Upgrade für Jack fest. Ich komm nicht mehr raus. Kommst du nicht Escape? Dann, denn, äh, kannst du ihn nicht upgraden? Rechtsklick... Ne, wir haben ja noch, noch zwei Komponente. Rechtsklick auf irgendwas. Zwei, das kostet drei. Ich, äh, klicke mich mal hier durch. So warst du hier der Schock verlippt. Zielen sie auf den Boden mit Maus und zwei. Und drücken sie da einen Tee. Hab ich gemacht. Jack, los! Äh, ich komm hier leider nicht mehr raus. Ich hoffe, du schockst, wir sind mit Striecher. Mann, das ist doch kacke. Und los! Pass auf, Jungstunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie! Kannst du nichts machen, du Kleiner? Nö, ich komm... Ich häng hier fest irgendwie. Okay, aktuellen Kontrollpunkt, neu laden. Eingabe. Vor allem, ich umgehe diese Scheiße immer, weil ich da gar keinen Bock drauf habe mit diesem Upgrade. Ja, genau. Ich auch, weil ich benutze den kleinen Rupport da gar nicht so, weißt du? Den kannst du nicht, ich auch nicht. Schnappt euch die Schockwalle! Aber die muss ich mir jetzt einmal nehmen. Ja, ja, scheiße, jetzt bin ich da schon drin. Fortsetzen, fortsetzen. So, und ich muss jetzt Rechtsklick auf den kleinen machen. Ah, nee, das muss ich nicht, oder? ...Tab machen, um es zu öffnen, will ich ja gar nicht. Jetzt häng hier schon wieder auf. Na, du hast jetzt aber sechs Komponenten, oder? Ja, genau. Soll ich jetzt auch mal was upgraden? Nee, das Ding ist, ich muss die Schockfalle... Oder... Ich weiß nicht, warum du das auch kriegst. Das ist schon ein bisschen dumm gemacht. Also, ich... Da muss ich auch sagen, weil ich kann nicht schließen. Nee, ich auch nicht. So, ich mach jetzt die Schockfalle. Ich hab sie jetzt ausgerüstet, ja? Schockt den verdammten Boden! So. Jetzt kann ich auch nicht Escape drücken. Ja, jetzt häng ich da auch drücken. Achso, warte. Jetzt kann ich... Kannst du... Schockfalle. Doppelklick auf die Schockfalle machen, und dann kann man unten links schließen. Oder nur mit der... Ah, ja. Okay, alles klar. Ich bin wieder da. Ja, sehr gut. Was ist das denn für ein Scheiß? Ja, erstmal Waffen holen. Ich mag am liebsten den Lancer tatsächlich. Bisschen Muni. Ja, hab ich auch. Wie viel Muni hast du denn? Ich hab jetzt... Äh... 218. Ja, dann nimm nur nochmal... Ich hab ein bisschen mehr, glaube ich. Soll ich das hier nehmen? Okay. Jetzt hab ich 272. Oh, ich hab jetzt... Ich hab viel zu viel. Ich hab 5 voller Schuss. Ist doch gut. Ich hol mir noch hier ein bisschen andere Munition. Okay, pass auf. Ich, äh... Mach die Schockfalle da hin. Und jetzt kommt... Jetzt sprengt er gleich die Tür auf, und da kommen Zombies rein. Wir machen das von alleine, die Schockfalle. Und los! Pass auf, Jungswunde! Mehr Schwarm! Mehr Schwarm! Erledigen wir sie! Mehr von dem Schwarm! Oh, das Pferd ist hart, er... Oh, ich hab ja noch die Stücke knallt. Ziel ausgescheitelt! Ziel ausgescheitelt! Das hat wohl geknallt hier, wa? Das hat wohl ein bisschen geknallt hier, wa? Boah, sowieso? Hilf mir hoch! Hey! Scheiße! Danke! Oh, der wollte aber was von dir, du? Ja, ja! Ja, ja, Eki, das kenn ich. Oh, hier können wir was eintreten. Hier sind irgendwelche verrückten neuen Waffen. Boah. Hilfe! Ich hab irgendeine neue Knarre. Danke dafür! Danke dafür! Alter, ey, was ist denn hier los? Was ist das für ein Vieh, was da hängt? Geist von der Seite an! Ich werde so ein Biergabeck damit. Was ist das da für ein Ding? Da hängt, ne? Ja! Ja! Ich kann so was weg, ich weiß gar nicht, wie sie hier haben. Warte, ich werde hart vorangehen. Okay, so ruhig. Ja, ja, ich hab hier... Ich stehe hier gerade ganz gut zum Wallern. Bleib einfach in Deckung. Ja, ja. Ich werde gerade tatsächlich gut schaden. Ich werde 100 Schuss gebraucht, der Spass. Ja, jetzt hab ich wieder so ne geile Knarre. Alter, jetzt bin ich ja überall. Ich bin geschafft! Boah! Hilf mir! Wo bist du? Ah, nee, dein Onkel hat mir geholfen. Ah, okay. Ehre, Mann. Ah, ich bin dumm. Ich hab dem Roboter das Ding anmachen lassen. Und ich mach' dem uns schaden. Ah, nee, da hängt noch das Ding. Ich bin schon wieder tot. Hilfst du mir einmal? Ja. Wo bist du? Hinter dir. Du rennst von mir weg. Ah, da. Ich bin hinter den Holzen. Ja. Stopp. Oh, fuck. Zu spät. Du bist vor mir weggelaufen, Nadine. Was soll das? Ich dachte, du bist immer noch, wo du gerade standst. Nein, das hat mir doch Schaden gemacht. Das hat mir doch Schaden gemacht. Ist das Spiel ausgegangen? Was hat dir Schaden gemacht? Das Spiel ist ausgegangen. Bist du noch im Spiel drin? Ja. Was soll das denn? Das ist einfach ausgegangen. Wir haben heute keinen guten Lauf, ey. Oh, Alter. Heute ist auch... Heute? Also, Leute, es tut uns sehr leid, dass es heute nicht so professionell abläuft wie sonst. Das muss man ja mal sagen. Ja, jetzt bin ich auch. So spielen wir nochmal neu starten, Leute. I'm sorry. Sorry für den schwarzen Bildschirm. Aber irgendwie hat sich das Spiel einfach geschlossen. Hab ich auf Spiel schließen geklickt? Nein. Ich hab doch am letzten Speicherpunkt starten. Hab ich doch gedrückt. Mhm. Das stimmt soweit. Leute, bitte bleibt dran. Verlasst uns nicht. Bitte, Zuschauer. Bitte bleibt. Bitte bleibt. Seid nicht sauer. Für unsere technischen Probleme. Ja, so wird mir angezeigt. Aber das ist immer nicht so... Das ist immer nicht so super aktuell. Tatsächlich. Drei Zuschauer waren da gerade. Leute, haut mal eine Einzel-Chat an. Genau, haut mal was in den Chat. Haut mal was rein hier. Echt? Zeigt, dass ihr da seid. Sehen wir mal was. Wir haben gerade ein Problem, Leute. Bitte seid uns nicht sauer, aber das Spiel ist abgekackt. Wir haben heute einen schlechten Lauf. Echt? Wenn ihr schon mal da seid, lasst ein Like da. Genau. Und schreibt doch mal was rein. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was spielt ihr so? Redet uns. Leute. Leute. Wie lange dauert das hier nach? Ich will erst mal wieder der Bruder sein hier. Einladung gesendet. Wer geht? Wer geht? Party, Peibel. Wahrscheinlich habt ihr die App nicht und könnt ihr nicht reinschreiben. Jetzt sind drei Zuschauer da. Ja, einer bin ich auf jeden Fall. Ey, voll die Party im Chat. Bist du da? Es ist immer so schade. Ja, ich bin da. Die haben immer alle nicht die App runtergeladen und können die ja nicht reinschreiben, weißt du? Ach so, die sind, ja, 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 ich verstehe. Wenn sie die App nicht runtergeladen haben. Also Leute, ich bitte euch drum. Ladet euch die App. Es liegt ja nicht an der App. Es liegt doch, kannst doch auch. Die einfach nur einen Account machen und, ähm, einen Twitch-Account und einfach dann über den, äh, über die Web-Overfläche... Ja, dann eben so. Leute, bitte. Komm, macht euch einen Account. Seid für uns da. Ja. 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 Das ist jetzt so witzig irgendwie. Komm mal hier mit rein, Nadine. Hier gibt's geile Waffen. Ich muss erst mal den meinen Kumpel hier frei. Äh, helfen, Freund. Äh. Bist du bei mir? Nee, ich, äh, wir haben hier Probleme. Wo bist du? Hier in diesem Laden drin. Warte. Ah, da. Okay, warte. Ich komme. Was ist denn hier los? Ja, Moment. Hier ist ein Waffenlager. Hier ist ein Waffenlager. Ich nehm die hier. Die Maracazza. Ich nehm das hier. Was auch immer das ist. Und das hier. Und die Sprengpfeil. Sehr gut. Die musst du dann aber auch gleich benutzen. Äh. So, also ich bin bereit vor den Kampf. Oh nein, ich hab meine... Ich hab meine... Was umhängt, da ist das? Nein! Gott, verdammt! Oh shit! Deckung, da kommt ein Klotz! Brauch ich. Erlege ich den, bevor noch jemand stirbt. Da kommt ein Klotz, oder was hat er gesagt? Ja, weiß ich auch nicht. Kloot, keine Ahnung, was es war. Ich geh gar nicht. Da oben hängt er wieder. Ja, und dann sind da noch diese anderen Wichser. Boah, Alter. Dein Onkel, der nervt mir ein bisschen. Ja, der rennt mir auch immer voll vor die Sprengpfeil. André, hau mal ein bisschen, Schatz. Sehr gut. Danke, Rau. Gut, André. Hier sind wieder welche von diesen Blutigeln. Was war das denn? Erwischt. Hast du das gesehen? Die, die stinken? Diese Blutigel, oder welche? Das war wie vorhin. Egalhaftig, Alter. Was ist er eigentlich für ein Ding? Er ist so sauer auf uns, das ist auf jeden Fall klar. Alter, ich kriege das Volk. Warte, wir haben ihn gleich. Das war's. Klappt erledigt. Ausruhen ist nicht. Wir müssen das beenden. Nett. Gespürt. Diese Waffe ist so OP. Weggeballert, habe ich gesagt. Aber ob das was ändert, wird Monate dauern, bis wir uns hiervon erholen. Noch mehr Gründe, warum du mitkommen solltest. Das Dorf ist doch nicht komplett sicher. Los! Leute, hier oben geht irgendwas ab. Ich will mich die große Waffen fallen lassen. Was wollte ich denn da? Der Notstrom ist aktiv. Wir müssen den Generator überlassen. Boah, hier sind immer viele Waffen. Boah, was geht hier denn? Waffenlager. Eine Snipey, Alter. Was ist das für eine hier? Longshot. M-Bar. Die finde ich geil. Da soll ich mir mal ein bisschen Munition von mitnehmen. Kann ich nicht mehr als 50? Leute im Ernst. Hier ist auch noch ein Munitioner. Und ein Claude zum Klang. Ja. Boah, was ist das denn für ein Teil? Wo bist du? Hier, ich habe jetzt irgendwie so ein richtig heftiges Teil. Ich bin Generator, Leid, was da? Oh nein, und ich habe wieder so ein Upgrade-Teil gesammelt. Ich will das nicht. Tja. Ha, ich muss es gar nicht aufmachen. Die Waffe finde ich mega geil. 50 Schuss, da wird es wirklich ein bisschen hinkommen. Ah, hier, Generator. Bist du bereit? Darf ich das jetzt hier machen? Das macht das bitte. Setzen Sie die Schockfalle ein, um den Generator zu starten. Weißt du noch, wie es funktioniert? Ich muss jetzt auf Tab drücken, ne? Nee, nee, nee. Warte, du musst... Ich mache es einfach schon. Was machst du denn jetzt? Jack, irgendwie... Hier, genau. Rechtsklick auf den Kleinen. Nee, rechtsklick auf den Generator und dann T drücken. Ah, ja. Rechtsklick auf den Generator. Ja, größer Generator kann da nicht dran stehen. Ja, aber wie, rechtsklick. Dann schieße ich doch. Nee, mit linksklick schießt du, mein Engel. Rechtsklick ist anvisieren. Und dann drückst du mal T. Aber setz Sie in eine Schockfalle, um meinen Generator zu starten. Aber ich habe doch keine Schockfalle. Liegt hier irgendwo eine? Ich kann das auch nicht machen. Achso, oder habe ich dieses Teil eingesammelt für ihn? Nee, nee, nee. Du hast ja nur so einen Skillpunkt für ihn eingesammelt, glaube ich. Kannst du auf dieses gelbe Ding zielen und dann T drücken, bitte? Ja. Alter, hat das lange gedauert. Nee, weißt du warum? Ich habe das erst gewusst, dass du das unter Tab erst mal aktivieren. Achso. Vorher konnte ich das nicht. Dann hast du das Ding aber eingesammelt. Ich stecke in Schwierigkeit. Ich stecke in Schwierigkeit. Ich stecke in Schwierigkeit. Du, ich stecke in Schwierigkeit! Wie geht's? Ich gehe zurück Ich gehe jetzt los Wir müssen nur helfen Ich glaube, wir müssen helfen Oh Gott Ja, die haben wir schon wieder. Keiner. Trägt uns. Auf sie. Wir sind hier, was brauchst du? Eine Gruppe ist eingekesselt. Schießt, bring der Werkstatt. Nichts, schulde. Wir haben uns. Gebt auf. Wir haben ihn gleich. Was bin ich für ein Typ? Guck mal. Ich bin nur voller Blut. Du bist auch komplett rot. Voller Blut. Ich dachte, was habe ich denn für eine Verwandlung erlebt? Ich bin nur ein Typ. Ich glaube, ich habe ihn vielleicht wieder zu sehen. Ich bin auch. Oh nein, der will ich ja. Weißt du, du lässt mich jedes Mal verrecken und lachst dich dann kaputt. Ich brauche Munition, ey. Wir haben nur einen Kommentar im Chat, das ist super traurig. Ja, wir haben auch wirklich unsere Fans ein bisschen hängen lassen. Feindlich. War alles wichtiger? Da hinten. Nein, das ist so zu mir. Wieder bist du immer wichtiger als Tom. Was ist wichtiger als Tom? Einer weniger. Wir müssen helfen. Vorher. Dann kommen wir nicht von hier. Wo bist du denn? Ich habe dich verloren. Einmal aus dem Rücken gelaufen. Aber hier wird geballert auf jeden Fall. Ich könnte richtig bleiben. Ja. Alter, ich bin hammer nah dran. Was ist das? Wo bist du denn, ey? Alter, was ist denn los hier, ey? Irgendwo haben wir so eine Mutter, die du siehst. Genug geplaudert, Jungswunde. Die Kassion wird angegriffen. Oh, ich war doch auf dem Weg zu dir. Ja, du bist einfach zu lahm. Nee, du bist einfach ganz woanders. Alter, wie viele sind das eigentlich da immer? Ey, das ist ja krass. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie so eine Mutter ist oder so. Ich nenne das jetzt einfach mal Mutter. Die ganzen Fliecher gebärzt. Die ganzen Fliecher gebärzt. Die ganzen Fliecher gebärzt. Die ganzen Fliecher werden schießt, bei der Werkstatt. Jungswunde, wir brauchen uns. Wer ist für Kanate? Ich habe für Kanate. Auf mich. Gehen wir auf. Ich glaube, ihr denkt. Ich glaube, ihr denkt diesen Hoden, sagt er nicht. Ja. Der macht auch so ein bisschen Geräusche, Alter. Ja. Das ist rechts noch Party, Engel. Ich komme nicht gleichzeitig, ne? Ah, dein Onkel hat überholt. Sehr gut. Mein Onkel ist immer für mich da. Der hatte den Blick hier vor. Ich bin jetzt wirklich tot. Komm zu mir. Oh, ja, ja. Oh, thank you so much. Ja, aber komm. Oh, diese Geräusche, Alter. Wir sind richtig so eine Monster. Oh, ich glaube, ich habe ihn zerschossen. Ja, sieht gut aus. Oh, da ist noch einer. Ah, ne, das bist du. Das muss reichen. Oh, das war fies. Das war fies. Das war fies. Oh, das war fies. Alter, ich stehe hier mitten ohne Deckung. Aua, aua, aua. Dein Onkel stellt sich am liebsten vor mir. So, jetzt müssen wir hier wieder links rum, ne? Ja, wieder hier raus. Und rum. Ich versuche jetzt mal nicht zu sterben. Okay, sie sind tatsächlich auf beiden Seiten, ne? Oben und unten. Ach, du schaust hier jetzt wieder so ein Testflag. Am besten ist, du kommst einmal kurz zu mir. Ich würde mich nämlich immer schnell wieder wieder überlegen. Wir sind hier, was braucht ihr? Wir haben einen Silverback. Aber der einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Soll ich jetzt noch zu viel kommen, oder nicht? War das hier? Echt. Okay, okay. Tote, drei, zwei, eins. Hier geschieht einfach so viel. Hier liegt alles voll allein. Und vor mir steht noch so ein Super-Woot-Botter. Alter. Von allen Seiten. Wirklich von drei Seiten gekommen. Ist das hier jetzt mal clean? Wo kommen die her? Alter, ey. Die kleinen sind jetzt aufs Hammer, der. Die kleinen sind auch schlimm, die so um die Ecke schlagen. Kannst du nicht immer über Familienmitglieder lästern? Genau, was ich brauche. Okay, Krankenstation gesichert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber... Danke, Cor. Ach du Scheiße. Was denn? Oh, fuck. Wie viele sind hier? Wo bist du? Ich bin hier oben. Ich kann leider nicht rennen, weil ich so eine Riesenknarre habe. Kannst du bitte kommen? Alles klar. Werkstatt gesichert. Ich kann nicht rennen. Was für ein unschöner Tag heute. Ich glaube, ich kann doch rennen. Der Korre ist hier, aber er steht vor dem Haupttor unter starken Beschuss. Sind unterwegs. Noch einen Schwarm. Wir können dem Korreim helfen, wenn das Dorf sauber ist. Ich habe hier auch einfach keine Munition mehr. Nett. Hier die Glänzer-Munition sonst. Was ist das Geiles hier? Scheiße. Kannst du hier reingehen? Kannst du diesen Roboter steuern? Ja. Nice. Wie schwer kann das sein? Ach Gott. Ich kann damit laufen. Die Knarre ist geil. Oh yes. Jetzt haben wir hier ein bisschen Firepower. Ist das ein gutes Gerät, was du da hast? Ja, schon. Auch was ist denn das hier? Hey, she's over here. Ja, wirklich geil. Ich sage, Alter. Ey, das ist so dumm. Habe ich schon extra so eine Knarre, aber ich schieße jedes Mal direkt vor mich. Was soll das? Das ist so dumm. Ey, das ist so dumm. Wieso braucht man so eine Waffe in einem Spiel ein, wenn man damit 10 Meter schicken kann? Bin ich beleidigt. Du bist beleidigt? Ja. Ja, ich bin beleidigt. Wo bist du? Ich? Ey, dieser Scharfschiss, der mich hier schon die ganze Zeit aufballert. Machen wir das was. Wir sind erledigt. Dann gehen wir raus und helfen dem Konvoi. Wie kommen wir denn hier hoch? Ah, hier. Rechts ist so eine Treppel. Durch so einen brennenden Bogen. Gut geguckt. Ecke, hast du schon wieder die dickste Knarre oder was? Ja, mit der kann ich nicht rennen. Komm schon, wir müssen da raus. Oder nur so ganz schwer. Siehst du, die ist so schwer, dass ich sie immer fallen lassen muss. Das Vieh hier ist so schwer, dass ich sie nicht rennen kann. Das Vieh hier ist irgendwie, aua, au, das war ich. Oh, du wurdest gestachelt. Du wurdest aufgestachelt. Du wurdest aufgestachelt. Ihhh. Ihhh. Er schleckt sich ab. Ich geh mal auf das Ding aufhalten, es hat Kate. Es hat Kate. Ich kann doch einfach wieder Munition in den Kiel. Ja. Ich seh schon, ich hab eine Munition. Ihhh, ich bin jetzt so ein Beißer. Ja, ich hab eine Fäscher im Weg. 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 Wirst du nicht machen? Nein, 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 Kate. Nein, nicht auf mich. Nicht auf mich kloppen. Hey, du bist doch der Beißer, oder nicht? Bist du gerade über mich rübergesprungen? Ja. Die Fäscher ist über die Mauer. Ich helfe euch gerade und schieße meine... Ich bin ein Alien und schieße Aliens tot. Womit kannst du denn schießen? Ich hab eine Knarre. Ich bin jetzt so ein dicker Alien hier. Ja, das ist so creepy, Gott. Ich bin jetzt so ein dicker Alien in meinem Walsch. Nimm das! Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Boah, Alter. Womit geht weg, Alter. What the fuck? Stopp, stopp, das bin ich. Warte, das bin ich. Das bin ich. Ich bin das. Wo sind die Gegner? Ja, hier unten. Immer alles voll. Du musst weg von mir. Mein kleiner Roboter macht Schaden an dir. Rauch weg. Ja. Ja, da kommt es. Du bist der Heftigste, Alter. Oh scheiße, jetzt hab ich keine Kontrolle mehr über mich. Aha. Äh, du bist aber auch der Hässlichste von allen. Zeig was du kannst. Arschloch. Okay. Wer ist hier drüben? Das ist dein Onkel, Alter. Äh, ich bin wieder raus. Onkel hat keinen Kopf mehr. Was ist denn? Was hab ich denn jetzt für ein Problem? Habst du das nicht gesehen, was du mit deinem Onkel gemacht hast? Ach, ich hab ihn getötet, ne? Nein, 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 nein. Du hast den Kopf aufgerissen. Kate. Schau nicht hin. Das willst du nicht sehen. Es tut mir leid. Tja. Da weinst du. Da weinst du jetzt. Ah. Ja. Was ist? Wer ist er? Es tut mir leid. J.D. Bin ich das nicht gewesen? Von vorhin? Mit der Explosion? Der hieß doch auch J.D., oder? Danke, J.D. Fürs Herkommen. Kein Problem. Ach, das ist voll. Ja. Das ist der mit der Philipp Dampf mal langsam. Was redet ihr da? Stimmt, J.D. Aber er hat nur drei Tage lang. Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Und er hat neue Haut transplantiert. Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir. Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Der nimmt das Ding doch einfach ab. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammle die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein. Auf keinen Fall. Wir haben Befehle. Erstmal stehen Morphe um rein. Kommst du mit mir? Ist das Morpheonk? Wer weiß? Okay. Erstmal ein bisschen Morpheonk. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuel Pharah. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden. Das weiß ich. Ja, sie würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Du bist auch ein bisschen eine Diva, ne? So ein bisschen? Ja. Ich lass mir gar nichts sagen. Du hast so ein bisschen Feuer im Arsch. Du hast Passion. Leidenschaft. Ciao, Leute. Ciao. Mit meinem Waffen auf dem Röcken. Hab schon ganz schön mich nach Po, ne? Da hab ich natürlich nicht drauf geguckt, denn ich bin kein Sexist. So wie du. Ich hab ein Knackpaar. Ich behandle solche Figuren nicht als Sexobjekt. Was ist hier überall drin? Ja nicht. Ich hab mir eher ihre Waffen angeguckt. Na klar. Na klar. Hey. Hey, komm doch mal her. Hey. Müssen wir da? Hey, hey, hey. Komm doch mal her. Hey, komm doch mal her. Ich muss mich ein bisschen um dich kümmern, ja? Ich wollte das nicht. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nice. Das ist meine Lieblingswaffe tatsächlich. Ah. Kannst du fahren? Mehr oder weniger. Was ist das hier? Alles klar. Oh, das ist ein geiler Schlitten. Das ist dieser Schlitten, den ihr aus dem Trailer gesehen habt. Klingt nett. Damit fahren wir jetzt. Kannst du ihn fahren? Ja. Hast du dir schon alles eingedingst, was du kriegen kannst? Ne, hast du nicht. Du sammelst nie irgendwelche Sachen ein, Alter. Ne, ich bin Waffen und so. So. Wir können Jack jetzt nochmal, glaube ich, aufmotzen. Das ist aber schwierig. Ich habe schon drei. Das ist aber schwierig. Jack ist immer schwierig, finde ich. Okay. Das ist immer schwierig mit diesem kleinen Sack. Was ist hier oben? Ich habe drei Sachen jetzt schon eingesammelt. Was ist hier oben? Ja. Hier ist auch so ein Ding für ihn. Können wir ihm nicht mal eine MG umschnallen oder so, dass er mal ein bisschen Schaden macht? Tapp. Mal gucken. Regel das doch jetzt mal. Ich will ihm einfach nur eine dicke Knarre umhängen. Wenn du eine Minute brauchst, kein Ding. Oh. Hey, da. Hey, da. Äh, ja. Ciao. Ach, du bist ein Snowboard hinten dran. Okay. Alter, was ist das für eine scheiß Grafik? Was ist das für eine scheiß Grafik? Ja, das dauert schon ewig. Alles wackelt. Reckst du? Nee, du. Reckst du. Ich habe... Ah, okay. Scheiße. Wir sind bald da. Habe ich eine Map oder so? Weißt du, wo wir hin sollen mit deinem komischen Gerät? Nö, ich kann einfach nur geradeaus. Oh! Ich weiß nicht. Du hast länger nichts gesagt. Wie geht's dir? Hm. Oh. Äh, äh. Würdest du mit dem Schnee fahren? Aui. 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 Ja. Na klar. André, ich lasse sie nicht. Sie war in großer Trauer, ja? Ich musste mich um sie kümmern. Danke fürs Fahren. Ist das echt so anstrengend? Aui. Warte, guck mal. Ich verschläge. Haha. Ich kann sowas immer besonders gut. Na, Erki? Ich kann es richtig gut gegen Sachen gangen. Ach. Hey, tut mir leid, wie JD dich vor einem Dorf behandelt hat. Er ist einfach... Serum. Du bist wirklich der Letzte, der sich für ihn entschuldigen muss. Da zischt ne Büchse. Ne Büchse. Und für mich sieht dieser Wall auch ziemlich neu aus. Definitiv die neue Kur. Mach die Luke auf, komm mal hier durch. Schon klar. JD hat dir was verheimlicht. Aber was ist bei mir anders? Du hast uns dein Geheimnis erzählt. Er nicht. Ja. Stimmt. Kann man hier einfach drauf vorbeihauen? Oh. Komm mal hier rum. Komm mal. Siehst du das gleiche, was ich sehe? Geil. Oh, das sieht ja geil aus. Guck mal, siehst du hier, wie heißt es noch? Hey, da draußen. Das ist Matterhorn? Ist das nur Hope? Nein. Wie heißt der Berg noch? Matterhorn? Ich muss kurz Google fragen. Ohhhh. Ja. Ja man, ist das Matterhorn. Und hier unten ist so ein Tor da vorne. Und da ist Eis. Oh 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 oh. Oh, sieht so cool aus wie du, wie du Fußspuren machst. Oh ja. Das haben wir geil gemacht. Wollen Schneeengel machen? Ich meine, das wird cool. Das finde ich schade, dass man hier nicht runterfallen kann. Ja, das ist richtig schade. Ich glaube, wir müssen in diese Höhle da rechts rein. Und hier ist tiefer, schnell. Hier, ne? Ja. Da vorne ist was. Okay, wir haben einen Viewer verloren. Scheiße. Bestimmt anreben. Oh, was liegt hier? Oh, hier liegt nochmal diese dicke Knerre, die mich hat. Lancer. Mann, ich will die doch behalten. Seh mal, Jack hat eine Karte der Gegend gefunden. Hey, hier liegt noch eine MG. Okay, los geht's. Wie Schuss hat die denn? Neh, mich. Aber wenn hier eine MG liegt, kracht es hier gleich. Hast du das gerade gesehen? Also. Ich hatte gerade irgendwie eine Karte auf. Ja. Soll ich sie denn nochmal aufmachen? Ja. Ich sehe nichts. Wie, du siehst nichts. Hast du die Karte nicht? Ja. Dann musst du über Tab, mach mal Tab. Ja. Und dann oben links kannst du Jack und einmal Karte. Ah. Ja, okay. 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 Siehst du die Markierung, die ich setze? Nee. Da blinkt was Rotes, doch, sehe ich. Hm, ja. Ja. Gut. Nervensäge. Jetzt ist die Frage. Kommst du bitte? Ja. Ich habe eine Minigun. Es gibt dir keine Fragen. Ich habe eine Minigun, also musst du ein bisschen auf mich aufpassen. Sie ist sehr schwer, okay? Guck mal, wie ich sie in den Schnee ansinke. Süß, wie du läufst. Ja, guck mal, wie schwer die ist. Oh, oh, das kommt doch gleich eine Lawine runter. Ronka. Das sehe ich doch jetzt schon. Oder wir müssen da hochklettern. Über den eingefrorenen Wasserfall. Das ist mir alles zu ruhig hier. Ich weiß, das knallt hier gleich. Hä? Jackie, was ist? Äh, man kann nur hier hoch. So wie du gesagt hast. Ach so. Irgendwie dreht er sich die ganze Zeit so weg, ne? Ja, wenn man zu weit in die eine Richtung geht. Okay, wir haben was übersehen. Wenn wir zu weit in die eine Richtung gehen, dann dreht er sich zurück. Äh, wir haben was übersehen. Wir sind auch... Kann es sein, dass wir falsch sind? Tab, Karte. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt hier. Was ist denn da? Dieses Blaue. Ja, das sind wir. Das, ne? Ah, guck mal, wenn du das machst, was du vorhin zu mir meintest. Äh, ich soll dieses Grau machen, dann müssen wir wieder zurück. Öffnen Sie die Tore des Dorfes für das Ski. Oh, manse, wir dumm. Zurück! Oh, weißt du, wie schwer dieses Gewehr ist? Halt dein Maul und komm jetzt. Du bist wieder ne... Du bist wieder ne Diva. Ja, ich bin sauer. Öffne jetzt dieses scheiß Tor hier, Alter. Das ist ein Magnetschloss. Jack, mach das auf. Dann musst du ihm mal anleiten, das zu machen. Hab ich doch schon. Er kommt doch schon, der Kleine. Der Kleine. Gut gemacht, Jack. Da geht's runter. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder mit unserem Gefährt fahren. Ja, fährst du. Hoffentlich. Aber ich glaube, ich lasse meine Minigam bestimmt hier jetzt liegen. Du musst hinten auf jeden Fall. Wir sollten auf dem Skiff ein paar Waffen verstauen. Du weißt schon. Drücke E, um Waffen vorne auf dem Slit aufzubewahren. Da, Waffe ablegen. Oh, okay. Ja. Spring auf, Puppe. Steige ich dich auf, okay. Alles klar. Ab nach nur Hope. You Hope. Witzig. Hab ich hier ne Knarre drauf oder so? Nee, du kannst einfach nur so Fotos machen oder so. Juhu. Boah. Das erklärt so einiges. Über's Eis. Über's Eis. Ich dreh ne extra Runde im Eis. Juhu. Ich mach'n Foto von dir. Oder was auch immer. Frage. Woran erkennen wir, dass wir da sind? Offiziell hat New Hope nie existiert. Es wurde getarnt als Jameson Frachtdepot. Achtet also auf Gleise und folgt ihnen. Gleise. Geht klar. Du bist so dumm. Hallo. Hä, sollen wir hier nicht hin? Untersuche die Koordinaten von Markus. Wo ist Markus? Markus ist da rechts herum, würde ich sagen. Ach ja. Du hast dich verfahren. Ja. Ich bin gegen die Wand gedonnert. Es tut mir leid. Ich dachte, ich soll da durch. Bisschen wie kiten. Das ist das Wind immer von unserem Rücken kommen. Ja, wir sollen rechts. Ja, aber warum sagt er jetzt entgleister Zug? Na ja, weil wir gerade eben durch den Funk kamen, dass widigen Gleisen folgen sollen. Ah. Oh, da habe ich wohl mal wieder nicht zugehört. Hey Kate, die Koordinaten sind hinter der Schneise. Wir sollten das Ding parken. So, ich will meine Minigun wieder haben. Ich meine, ja, es sollte direkt in dem Wald sein. Mach ich platt. Wartet. Es ist ein Noncon-Lager. So weit im Norden? Meinst du, sie sind aus Oscars-Dorf? Vielleicht. Wo sie wohl hin sind? Sie waren aus Onkels-Dorf. Lina und Norseco. Laut diesem Tagebuch wurde ihr neues Lager zerstört, also liefen sie hierher. Und wurden erneut angegriffen. Wir sollten sie suchen. Ihn von Onkel erzählen. Ist ja schön gemacht hier, ne? Mhm. Wenn man mal so gern in den Himmel schaut. Gern in den Himmel schaut? Ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Nadine, ich weiß mich auszudrücken. Ja, dir unten. Gewählen. Merk das schon. Oh, oh, oh. Merk das schon. Oh, oh, oh. Ah, ich bin gesprungen. Er geht. Ja, ist echt so. Ich würde dich gerne mal schlagen, ehrlich gesagt. Hier ist keine Einrichtung. Hier gibt's nur Urwahl. Du bist frech zu mir. Du bist frech zu mir. Ja. Weißt, Jim von diesem Ort? Alle Ministerpräsidenten wussten es und haben dasselbe getan. Ja, aufhebe mein Gesicht aufzuschlitzen. Okay? Geheimnisse was? Die scheint ja heutzutage jeder zu haben. Gebt mir Bescheid, wenn ihr euch nähert. Zentrale Ende. Was ist das hier für ein Kristall? Oh ja. Gibt es da viel Geld für? Kommst du bitte? Ja, wenn du dich da mal durchzwängeln würdest. Ich komm hier nicht durch. Oder was soll ich da drücken? Äh. E. Diese Knarre ist so riesig. Bill. Der Sturm kommt immer näher. Schneestorm. Hier sind noch mehr Kristalle. Wir sind am richtigen Ort. Da. Schnell rein. Du lahmende Ente, Alter. Oh. Ja, pass auf. Ich hab schon wieder eine Vision. Oh, oh. Ich hab die Knarre im Anschlag. Wo bist du? Da. Hinter dir. Suchen wir in die Chaos. Was für eine Vision hattest du denn? Jade, die war irgendwie da. Und hat gesagt, ich bin alleine los. Äh, das durfte ich nicht. Und ja, keine Ahnung. Das war natürlich ausgeschämt. Hm, aber sauer. Der. Kapsel. Non-Kons-Ko-A-Schwarm. Wir waren als Einzige noch nicht hier. Oh ne, wir sind in so'n Viech drin. Hm. Guck mal, hier sind so Gedärme und so. Die haben ne riesen Waffe genommen. Zeig mir die. Oh, die sehen cool aus. Ja, haben wir beide ja riesen Waffen. Die können sie ja jetzt kommen. Hier. Die werden sterben. Wir werden sterben. Tja, da wären wir. Aber der Eingang ist blockiert. Suchen wir einen anderen Weg. Hier lang. Ja. Was ist das? Äh. Hä, fließt die vom Himmel? Was ist das denn? Was ist das denn? Ist das Eiszapfen oder was soll das sein? Ja, hier diese Kustanne. Markus, wir verlieren dich. Das ist der Sturm. Geh weiter. Wir müssen New Hope finden. Ich bin New Hope. Ich bin zu Joseph's Seed. Kate, hier hoch. Oha, das kennen wir doch. Komm, Meister. Nee, meine Knarre ist jetzt weg. Kate, da! Die Anlage! Die rennt voraus! Los, gib mir rein! Vorsicht! Wo kommt denn diese Schröder her? Da ist ein Klotz! Jens Wachen wurden wohl umgedreht! Erledige ihn einfach! Jack, der Pult! Markier ihn! Okay, meine scheiß Knarre ist scheiß Brotty! Äh, was war das? Ich hab auch so gesehen, dass ich nicht kriege. Werfe Granate! Mann, das bringt gar nichts! Alter, ich treffe auch nicht mit meiner Riesenknarre. Weil, weil es so windig ist. Was wird dem Bus los? Der Bus tanzt! Burn, baby, burn! Oh, Alter! Was ist denn los? Ich hab noch sieben Schüsse mit dieser Riesenkewehe. Erkli, machst du auch was? Ja, ich stehe. Mach eine Hilfe! Ah. Ich muss mich retten. Helft mir hoch! Gott sei Dank! Alles in Ordnung! Er ist tot! Dann geh rein, los! Ja, doch mal auf so gemein zu sein. Ich bin eine richtige Brülllise. Erki? Komm schon, Jack! Es hat so wenig Munition. Ja, wir sind jetzt drin. Im Hauptgebäude, glaube ich. Oh, guck mal hier. Hier kriegt sich die Munition. Hier kommst du jetzt mal her. Und nimmst alles, was du brauchst. Robert, stopp! Ich hab nämlich noch ein bisschen was. Boah! Das darf ich alles nehmen? Ja, nimm mal. Greif zu. Geil. Guck. Das ist für uns beide. Ich glaube, ich hab dann hier auch schon einen Ort gefunden. Hier links. Und dann wieder links. Hier. Da ist irgendwie rechts so ein komischer Raum. Hey! Mashallah! Da pass ich nicht durch. Ich bin ein Tick. Oh, ich seh's jetzt schon, dass sie da aus diesem Kreis rauskommen. Hallo. Wir haben dein Flur gefunden. Und deine runde Tür. Sie wurde wohl aufgesprengt. Oh, ja, stimmt. Das war sogar ich. Hat ich ganz vergessen. Und was jetzt? Okay, such deinen anderen Weg rein. Das Labor ist voller Stasis-Tanks. Daran könnt ihr es erkennen. Ist das hier ein Viech? Da hinten ist doch was. Das ist doch ein Viech. Ekelhafter. Ja. Du hast Markus gehört. Suchen wir einen anderen Weg. Hey, jetzt ist das Viech weg. Was ist da noch? Das ist immer noch. Hä? Wie ist das? Läuft? Oh, scheiße, Alter. Das bist du. Das warst du vorhin. Das haben wir definitiv. Aufseher! Äh. Das tut ihm überhaupt nicht weh. Granate raus! Wer ist die Granate? Ja, nice. Jetzt nur noch ins Felschiff. Der Helm, ne? Immer die andere Knappe. Bitch. Hallo, wieso greift er du mich an? Weil du das auch mal nett hast. Oh, wie ist der, ja. Das ist zu bedankt. Oh. 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 Komm doch zu mir. Komm doch zu mir, du Kleiner. Ich. Betraut. Boah, Alter. Hallo? Was ist denn mit ihm los, Erki? Ich stand vor dir. Ich konnte nicht E drücken. Er war schon in seiner... Hast du? Ich stand genau neben dir. Das ist ja so krass. Er hat einmal mit dir da raufgehauen, dann nochmal. Da war das in deiner Schulter drin. Und er hat dir das richtig auf den Kopf gehauen, Alter. Er hat mich richtig zerfetzt. Er hat dich richtig zerschlagen. Ah, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit allerhöchste Kajüte. Ist so. Allerhöchste Kajüte. Was ist denn mit ihm? Wofür? Er hat mich für Levy? Nee. Echt nicht? Nee. Was ist mit ihm? Nee, mit Werki. Wer hat gefragt, ob ich einen Ersatzakku für meinen Laptop habe. So was. Echt? Und dann echt nicht? Derki, echt nicht? Suchen wir einen anderen nicht. Sie ist so fällig. Ich sag dir nichts zu. Nee. Warte mal. Oh fuck. Fuck. Fuck, er lebt. So, wir müssen ihm den Kopf, also den Helm wegsprengen. Ich mach erstmal wieder Granaten. Ich auch. Direkt Granate rein. Ich sag, boah. Granate. Granate. Granate auf. Er kriegt richtig Granaten ab. Wow. Derjenige, auf den er böse ist, der muss wegrennen und der andere muss schießen. Die ganze Zeit. Nicht. Jen weg. Ja. So wie du das hart hast. Oh. Er macht unsere Jake kaputt. Ist okay, das ist mein Roboter. Was? Okay, add mich wieder. Oh, ciao. Ciao, guter. Und? Oh, war's? Oh, war's? Tschüss 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 Jetzt will er langsam Verkont Ich werde auf dem Checky-Ball Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Lass ihn bitte nicht Oh Willst wir hier nicht sterben, okay? Wir sind kurz verplastet Ja, ein HP Ja Erledigt Was macht der verdammte Aufseher hier? Ein Aufseher bedeutet Dass die das hier in einem schwarzen Ich hab so eine Keule Scheiße Finden wir, was wir suchen und verschwinden dann Alter Hohohoho Du scheinst ganz schön gütig zu halten Ich will aber lieber ne Knarre haben Das ist ja nicht gut Das ist ja nicht gut Das war aufregend So ein kleiner Mini-Boss Ja Er hat sich einmal richtig zerhauen Ja, er war ganz schön wütend auf mich auf jeden Fall Ich hab mir was Hilf mir beim Heben Ich wusste auch nicht Ich wusste wieder eine raus Warte, ich muss hier einmal kurz Pause machen Ja Bis gleich 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 So, hallo. Hallo. Na? Na? So. Noch einmal kurz, aber wieso mache ich denn jetzt Spotify auf? So, einmal kurz. Weil du Dong bist. So. Könnte ich jetzt wieder mal spielen? Bleib ruhig, Mashallah. Weiter spielen. Nein. Ein Giftzeichen drauf. Erf von der Nase von neben. Scheiße. Ob die Tücher wieder? Hier, befallen den Roboter. Ja. Haben wir noch Granaten? Nee, ne? Scheiße. Hast du noch eine Granate? Nein. Alter, wie viele sind das? Mit dir in den Hof war man? Hey, ich habe die ganze Zeit so eine dicke Schrotflindel und ich benutze die nicht. Toll. Lass mich mal einmal gegen den alleine kämpfen. Hier, gegen der da 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 kommt. Einmal meinen Schaden. Gegen der da 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 kommt. Einmal meinen Schaden. Okay. Okay. Vier Schuss noch. Er ist tot. Er ist tot. Ein Schuss noch. Haben die Waffen? Nur noch jetzt 36 Schuss in der Hand. Scheiße. Scheiße. Was ist das denn? Hier sind noch einmal viele. Oh, Alter. Ich brauche Hilfe, Eggie. Ja. Ich habe halt nur ein Revolver. Ich brauche Hilfe, Eggie. Give me Waffen. Ich brauche noch zwei mehr. Du hast keine Muni. Was isst du? Tapsis. Hier liegt noch eine Waffe. Brauchst du eine Waffe? Ja. Ich bin tot, weil ich hier Gas isst. Oh, ich bin so tot. Oh, Gott, Alter. Ich habe so mit einem Anfänger zertan. Ja, leider, leider. Das, Eggie. Kann ich dir nicht verzeihen. Das sind definitiv keine Star-Satans. Aber weißt du zu Hölle dann? Wir sind ja von vorne alle wegballern. Aber was? Toll, Eggie. Toll, Eggie. Schalten wir sie auf leise. Wie soll das jetzt gehen? Warte, warte mal, warte mal. Lass dich mal kurz jetzt, Frau Bär. Was machst du hier? Guck. Wie machst du das? Auf F. Du gehst an die Rann und drückst F? Wie viele DBs habt ihr denn hier überhaupt stationiert? Das ist ja viel besser. Okay, ich probiere es bei dem. Okay. Aber da hätten wir zusammenstanden. Feuer, Entschuldigung! Feuer, Entschuldigung! Bleib bloß um! Vorsicht! Das ist gut. Okay, warte. Jetzt sind ja hier wieder welche. Okay. Soll ich den linken nehmen und du den rechten? Oder können wir so... Ah, schnell, 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 schnell! Okay, das hat nicht geklappt. Er hat mich totgehauen. Ich verblute hier! Ja, ich auch. Bei denen. Ich verblute hier. Okay, das müssen wir... Das müssen wir nochmal regeln. Mir geht's nicht allzu gut. Mir geht's nicht allzu gut, Erki. Die ersten haben gut geklappt. Ja, und dann war es zu viel. Wenn die zwei nebeneinander stehen, können wir auch nicht in Teamarbeit irgendwie. Das sind definitiv keine Starse-Tanks. Aber was zur Hölle dann? Verstehst du? Wie meinst du? Wenn die zwei nebeneinander stehen, was das gibt? Dann können wir nicht wie bei No Way Out, äh, wie... So, jeder nimmt ein. Das funktioniert nicht. Klasse! Jetzt immer weiter so. War hier nicht auf andern, Mann. Wie viele hat Schildo überhaupt Stationen gemacht? Äh, das stimmt. Das stimmt. Verdammt! Entschuldigung! Scheiße! Feuer, Entschuldigung! Was war's dann mit dem Schleiften? Vielleicht kriegst du das mal ein. Ah, warte mal. Hier können wir... Da könnten wir theoretisch... Den linken. Den... Ja, oder... Und den rechten. Der rechte steht mit dem Rücken zu uns. Nimm du mal erstmal den linken. Ah, warte. Da ist ja auch noch einer. Okay, warte. Warte, dann kann ich hier ja rüberhüpfen. Ich bin jetzt geduckt. Kannst du da rüberhüpfen? Ja, könnte ich. Ja, das wird nichts. Ja, das wird nichts. Komm, ich komm wieder zurück, wenn man lasst, würde ich sagen. Warte, aber warte mal. Ich kann hier und dann nehme ich auf jeden Fall den hier. Okay, du hast den ganzen Raum aufgeweckt. Fuck. Ich bin an Hohen, du weißt du. Aber so könnten wir es verruhieren. Hände hoch! Oh, du bist auch schon Matsch, ne? Ähm. Nur Jack... Oh. Brauche hier Hilfe! Oh Mann, ich war gerade bei dir. Fuck. Oh, das ist aber... Wie sollen wir es machen? Sollen wir einfach gleich ballern, oder? Ich würde sagen, so die ersten einfachen können wir uns gönnen. Bitte, äh, mit den F-Killed. Ja. Aber sobald in der Meer... Klasse. Jetzt immer weiter so. Wie viele Dibis hat denn hier überhaupt geknommen? Ja. So, ich glaube, die müssen wir auch schon wegknallen, oder? Ich weiß nicht. Den ersten können wir... Kann ich ja Dings und Du ballerst. Ja, okay. Ich verstehe die nicht, die... Wenn man die killt, macht die denn noch eine Explosion, die einem weh tut? Ja, weiß ich auch nicht genau. Ist schwierig zu sagen. Warte mal, ich bin ja jetzt hier. Dank, ne? Komm mal nicht da lang, bitte. Nicht hier, wo ich bin. Das ist eine Todesfalle, sehe ich jetzt schon. Aber den einen kann ich doch und dann wieder zurück, oder? Lass es bitte einfach. Komm, lass uns einfach mal hier lang. Hättet ihr, wir sind ja schon zweimal gestorben. Lass doch einfach den anderen wegprobieren. Wieso bist du mal gleich so eine Muschi? Naja... Wir müssen den schweren Weg gehen, wenn wir auf den anderen gehen. Ah, jetzt kommen die von vorn auf jeden Fall hier. Okay, das ist doch mit hinten. Oh, oh. Oh, schon wieder. Ich bin hier schon wieder in diesem Giftgas. Aber ich muss erst mal Luft holen, ey. Alter, ich krieg hier die Schiss, Schiss, Alter. Wo kommt denn jetzt die ganze Roboter hierher? Ziel aufgeschaltet. Oh, tot. Ja, die Explosion tut einem aber auch weh. Aber Vorsicht. Hier sind noch mehr Gaslots. Was, so als wolle uns jemand aufhalten. Also ich hab ein paar Granaten. Und hier ist aber auch noch, siehst du, hinterm Tresen eine Minigun. Ja. Aber diese Minigun ist mitten im Gas. Ich hab aber noch 414 Munition. Also ich... Alles gut. Sehr gut. Da. Da durch, oder was? Ja, renn. Hier ist auf jeden Fall viel Munition. Oh, oh, er... Oh, oh. Oh, fuck. Shit. Mehr von diesen Alteisen. Töten wir sie mit seinen Alteisen. Scheiße, eine Schraube! Ich bin direkt... Doch, ich hatte keine Chance. Ich bin direkt... Ihr müsst mir hochhelfen. Ach, du. Nein. Nein. Hä? Ich weiß nicht, wo das viel hin ist. Halter. Achtung, sie ist zurück. Du bist tot, ne? Nee. Irgendwie werde ich da reingezogen. Das ist der Schieb hier, Alter. Die Geräusche auch, Alter. Scheiße, jetzt bin ich tot. Alter, Schieb. Okay. Alter. Sorry. Tornado. Das Ding hat mich in der Mitte durchgebissen. Oh Mann, ich war doch bei dir. Ja, aber ich war schon in der Tötungsanimation. Wie soll man denn... Das Teil besiegen, ey. Was ist das für eine Scheiße? Wir haben halt auch... Das Tisch. Ah, ich glaube, wir hätten vielleicht doch diese große Knarre holen müssen. Meinst du daran? Wird das jetzt scheitern? Machen wir nicht fertig, Alter. Ja, der hat halt richtig Wumms, ne? Wir gucken mal. Oh, streng mich an. Ja, wir sollten gleich nochmal ein paar Päuschen einlegen, glaube ich. Hier liegen noch ein paar Vollstrecke. Und jetzt geht's ja noch los. Direkt reinhalten, ne? Alter, die macht das alles kaputt. Ja, er geht jetzt auch noch vom Scheiß. Alter, was ist denn hier los, ey? Was ist denn hier los? Ja, ich kann hier nicht zu dir. Der Held waffe, ich weiß. Boah. Ich weiß nicht, wo das Vieh hin ist. So, jetzt erst mal kurz durch. Verladung, Egel! Oh, fuck! Naja, die sind so egelig, wie die sich vor allem aufstellen. Jetzt ist das Vieh wieder. Boah, Alter, was ist denn? Das ist echt ein Scherz. Was, was? Wieso? Ich stehe hier nur hier in der Ding. Und auf einmal bin ich jetzt wieder woanders. Ich hab so Parameure-Röse hinein. Du bist tot! Wo ist es? Oh, Mann. Das war's. Weißt du, ich würde dir nicht mehr in dieses Labor pimpeln. Ja. Tun wir das. Also dieser Schwarm, einigermaßen okay. Aber diese kleinen Viecher, die das Ding abwirft, das sind die schlimmsten, die sich vor allem so aufstellen und einen so anfauchen. Ja. Brauchst du noch Munition? Ah, nee, nicht so. Also ich könnte für die Schrift noch ein bisschen was gebrauchen, aber... Ich hab hierfür einen Gnäscher. Nee, der heißt Overkill. Overkill. Vollstrecker? Nee. Alter, ey, das war crazy. Gnäscher. Hilt mir beim Aufmachen. Hab ich doch schon gegengetreten. Oh, fuck. Oh, bitte nicht. Was ist denn was? Ich fühlte sich übel an. Ich bin weit runtergefallen. Mach mal Licht. Wir sind in der Zelle. Klasse Timing, Markus. Es war weder Labor noch Star-Satimes, aber... Komm hier, komm mal hier lang. Das ist ne Art Gefängnis-Titel. Gefängnis? Siehst du Sachen, die ich nie gesehen habe? Hier ist auf jeden Fall, warte mal. Ich hab nur gehört, dass Samson, der leitende Forscher dort, in deinen Kindern von Immersionsopfern herum experimentiert. Er hat Kinder eingesperrt und an ihnen herum experimentiert? Ich hatte euch ja davor gewarnt. Du kannst ihn selber fragen. Was? Wie kann er noch leben? Er hat sich als KI-Konstrukt verewigt. Such das Labor und Niles. Hier ist noch so ein Ding für den Lütten. Oh, warte mal. Hier. Wo bist du? Hier ist halt... Wusstest du die Chor, was dieser Niles getrieben hat? Sie haben ihn gestoppt, irgendwann. Aber wegen so einem Zeug habe ich der Chor nie getraut. Nicht mal, dass meine Klausi geleitet hat. Ich könnte hier durch so einen Giftnebel fahren, äh, laufen. Und da ist irgendwas zum Eintippen. Soll ich's mal machen? Eintippen? Ja, ich glaube, da ist das so ein... Oder sowas Gelbes. Das Gelbe ist doch so... Was für unseren kleinen Jacky. Ich bin da drin. Ja, das war's. Wo bist du? Da. Hier. Hier liegt auch wieder irgendwas. Scheiße. Hier ist was Grünes. Wow. Unser Freund Niles hatte wohl ein Lieblingsversuchsobjekt. Benke ist besorgen. Sie haben uns gut beobachtet. Ja, das ist nur am Kichern da drüben. So mit einer Flasche Wein hat sie sich verabschiedet. Aber ich werde so langsam müde, du auch? Ja, es strengt mich auf jeden Fall mal hardcore anders spät, muss ich sagen. Ja, muss ich auch sagen, was das so eine anderthalb Stunden ist, doch denn. Komm, wir spielen noch fünf Minuten. Ja. So, lass dir jetzt deinen Lieblingsversuchsopfer. Kann man hier rüber... Ja. Du musstest... Wir mussten durch den kaputten Spiegel laufen. Überlegen die Kinder. Aber es hatte etwas mit den Locusts zu tun. Also hat es etwas mit dir zu tun. Hast du bei dir eigentlich auch so einen kleinen Roboter? Hat jeder einen? Nö. Wir teilen ihn uns. Guck, wir werden ja beide einen hätten. Ihhh. Marcus, hier ist das Labor. Gut, ihr müsst euch aber von den Tanks fernhalten. Wieso? Was ist da drin? Die frühen, zornigen Früchte von Nights Arbeit. Man nennt sie Sires. Bei unserer letzten Begegnung waren sie etwas launisch. Launisch. Wow. Ich kann dir jetzt schon sagen, was da passiert. Hier gehen alle kaputt. Ja, die brechen gleich... Genau. Und wir müssen sie... ...weckschießen. Alter, ich hab gerade richtig Augenprobleme. Passt denn tief, oder was? Ja, oder was? Wir können auch jetzt schon aufhören. So langsam glaube ich, dass dieser Niles... Ja, will ich was sagen. Wow, das ist übel. Obwohl, der ist ja jetzt sehr spannend, ne? Aber wir haben ja eh keine Viewer. Ja, Leute, wir sind am Überlegen, jetzt hier Schluss für heute zu machen. Haut mal in den Einzelchat, wenn ihr das doof findet. Also, schon eine Idee, was für den Kerl fragen wird? Du weißt schon, es wegen deiner... Hier ist auf jeden Fall... Ach, ich bin schon voll weit vor gelaufen. Wahrscheinlich befragt ich ihn zuerst zu der ganzen Sache mit den eingesperrten Kindern. Okay, verständlich. Und dann? Und dann... Was hat das alles mit mir zu tun? Hier links. Das finde ich jetzt aber cool, dass man auch so mal in Gebäuden rumläuft, ne? Das ist dein Ding. In Gebäuden rumläuft und Sachen einsammelt. Ja, ich bin nämlich ein Sammler. Frauen waren früher schon die Sammler. Oh, hier kommen gleich alle raus, wenn... Oh, scheiße. Allein dieser grüne Nebel schon auf dem Fußboden, wenn ich das schon sehe. Ich kriege jetzt schon Angst. Und Wenkel ist da drüben am Schrein. Warte mal kurz. Ich muss mal... Ich frage mal, ob bei ihr alles gut ist. Es ist hammerspannend. Ja, ich glaube, dass man das mit dem Boden geht. Guckt ihr uns zu, oder was? Alter, das wird gleich so heftig abgehen, Güde. Ich habe schon Schweißflecken gefühlt. Ergi, wir haben Zuschauer. Güde und Alex sind am Start. Ich glaube, die werden jetzt alle rausschlepfen. Und Ergi und ich sind hier alone. Ja, das glaube ich auch. Güde und Alex, schön, dass ihr da seid. Wir sind da. Sucht einen Schalter, um seine KI zu aktivieren. Und dann setz die Aluhüte auf. Ich drücke hier jetzt einen Knopf, okay? Alles klar. Oh Mann, jetzt geht es so heftig ab. Ich schwöre es euch. Markus, das hat nicht geklappt. Elektronisches Rauschen. Okay, fuck. Ja, das ist die Künstliche Intelligenz. Das ist der Kinderquäler. Was ist bei Wengel los? Hey, fängt Jack sich ein Virus ein, wenn er sich einklingt? Ich weiß nicht. Schub ihn einfach gründlich ab, wenn ihr fertig seid. Oh, shit. Die meisten Dateien sind beschädigt, aber... In einigen davon steht etwas namens Kadar. Sagt ihr das was? Nein. Mir aber schon. Ich werde Bert einen Blick drauf werfen lassen. Was war das? Oh nein. Oh nein. Nein. Scheißvieh wieder. Komm schon, schon. Jackie, weg da. Ich bin so widerlich, dieses Schwarm. Raus da. Schaffen wir nicht. Guck mal, das ist der Brut ekel. Okay, wir müssen jetzt einfach... Ja, wir müssen jetzt wahrscheinlich einfach rausrennen, oder? Ja, nichts wie raus da. Ja, nichts wie raus. Komm, einfach Vollgasrennen und los. Fuck. Fuck. Bist du noch hinter mir? Ja. Das ist übel. Links rum. Hier lang nicht. Hier ist eine Treppe. Achtung, Doppelgas. Dann nimm die Treppe. Immer für der Gas. Nochmal Treppe. Los, los, los. Und Tür. Hier lang. Oh Gott. Erstmal Luft holen. Aber ich hab eine ganz blöde Befürchtung. Sag mir, dass Jack genug Dank von diesem Spinnart hat. Ja. Da brüten wir im Tier. Los, Kate, da kommen Feinde. Bist du dir sicher mit diesem Dachplan? Rüber auf die andere Seite. Hier rüber auf die andere Seite. Alter, ich bin mit meinem Luftgewehr hier. Oh, kein Schaden. Der ist tot. Der ist tot. Okay, vielleicht hier so lang. Ich bin hier auch weg. Scheiße. Schwarm! Schwarm. Alter. Ecki, bist du wieder wach? Ja, der Sprint hat mir gut getan. Erwischt, erwischt! Dann geh weiter! Oh. Alter, ich bin so sauerhaft. Ja, ey. Wir haben wieder einen Lancer geholt. Aber der macht halt wenig Schaden, ne? War ja egal. Hä? Was ist mit dir? Er ist schon gut. Hey, hier runter! Keinmal. Okay? Oh! Scheiße. Boah. Äh. Scheiße! Hä? Ich habe mein Killen verbruchst. Achtung, Scharfschutz. Wann! Erwischt! Komm, schreck dir foi. Komm, put hier! Komm, put hier. Willst du die dicke Wumme nehmen, oder? Ja, das ist die Overkill, die habe ich schon die ganze Zeit. Das ist meine Schrottflinte. Eine vierläufige Schrottflinte, weil wir zwei nicht reichen. Kommst du? Ich bin genau hinter dir. Okay. Oh, dieses scheiße Gift. Das ist auch ein Durcheinander, ne? Ja, ich habe auch völlig die Orientierung genommen. Was wollten wir nochmal hier im Norden? Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Na, jetzt wollen wir doch gucken, was mit ihr ist. Locker der Boss, Alter. Was geht ab? Haut mal ein paar Mojis in den Chat hier. Geil. Cool, dass du da bist. Zwei. Oder für immer. Weißt du nicht, Locker der Boss heißt der. Locker der Boss. Locker. Das ist bestimmt Mülli. Locker. Mülli-Pölli. Mülli-Pölli. What up? Leute, seid ihr draußen? Ja. Hat wer etwas mit den Daten anfangen können? Ja, hier waren wir heute schon. An dieses Camp kann ich mich erinnern. Ja, stimmt. Und hier ist auch unser Schlitten. Nachricht aus einem Labor aus Mont-Cardar geschickt. Er lasst abhauen. Lass schnell abhauen. Aber denk dran, deine Knarre vorne abzulegen. An diesem Ort habe ich viel gekämpft. Von einem Labor habe ich noch nie gehört. Naja, das ist doch gut, oder? Für uns. Wenn du meinst. Das Problem ist, dass die Herkunft der Nachricht verschlüsselt ist. Okay, dann verfolgen wir die Nachricht zurück zu ihrem Ursprung. Über die Funktürme, die sie passiert hat. Es hat einen Grund, warum wir dich dabei haben. Geh einfach raus und suche eine Tür. Dann finden wir auch den Weg zurück. Wo sind die Funktürme? Okay, geht klar. Also, und diese Funktürme? Wo finden wir die? Wir müssen weiter hoch. Wir sollten Richtung Osten fahren. Morgen bist du wahrscheinlich wieder busy, oder? Äh... Ja, aber so abends dann nicht mehr. So ab 9 oder so. 21 Uhr. Ja. Moment mal. Was zur Hölle soll das? Noch ein Sicherheitstor? Dann, weißt du was, dann machen wir hier Pause. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Ja, auf jeden Fall. Danke an alle, die dabei waren. Ähm... Ich hatte wieder Spaß. Nadine, wie sieht's mit dir aus? Ich hatte auch wieder Fun of Fun. Es war mir eine Ehre für euch zu spielen. Was für ein action-geladenes Spiel. Heftig. Ein wildes Spiel. Unglaublich durcheinander. Meine Augen tun jetzt weh. Und sind bereit für... fürs Bettchen. Gut. Ähm... Ja. Wie schon am Anfang gesagt. Alle... Alle Streams von uns. Alle Let's Plays. Werden nicht nur bei meinem Twitch-Kanal hier hinterlegt. Sondern auch bei meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Falls ihr euch da nochmal ein bisschen was angucken wollt. Guckt gerne mal da hin. Und äh... Ja. Sonst lasst ein Däumchen da oder so. Weiß nicht. Kann man da irgendwo ein Däumchen hoch machen? Oder ein Like. Oder ein Like. Oder ein Like. Oder wie auch immer. Ich... Oder klickt einfach nur rauf. Würde mich... Würde mich auch schon freuen. Na gut. Dann ähm... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und äh... Schönes Wochenende. Ciao. We love you. Ciao. We love you guys. Ciao. 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 Ciao.